Wie viele Leute sind die? Oh nein, ich glaub der hat schon Raum, ich guck mal. Ich spiel mit Freunden, ich join' mal. Moin! Hallo! Moin! Könnt ihr mal Robin? Ja, es sind 3 Leute, quasi kommen was glaub ich mit mir. Bist du auch auf Offline anzeigen? Nee, eigentlich nur bei Freunden, oder? Felken ist reingekommen. Ah ok, ja auch. Gleich. In meinem Profil steht jetzt endlich die Spielstunden von Mario Kart. Oh Gott, wie viel? Bei mir sind es 70 glaube ich. Wahrscheinlich mehr. 105! Ja ich mein, wenn du zwei Identitäten hast, ne? Ja, das wird schon schwer. Ich bin einmal Sunny. Sunny, CST. Bekannt. Ja. Ich hab gehört, da bist du jetzt schon Leader. Ja du bist ja Leader, ohne was getan zu haben. Ist auch schon Sport Leader. Der Mio darf entscheiden, wer in welches Team kommt. Ja. Eigentlich voll witzig. Die waren alle so 10 bis 14, außer einer. Der war ein bisschen elf und der hat die ganze Zeit nach TT-Streads gefragt. Ja, der hat immer zu uns nach TT gefragt, wie man das macht. Der kriegt den SMT nicht hin, auf jeden Schrecken. Ja. 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 Ach Gott. Nachwuchsteam da. Ja, ja, ich gründe hier, ich suche mir hier deine Talente raus und bringe sie zur WC. Ich muss ja in seinem Stream keine Links rein posten. So ein dummer Spaß. Ich wollte da Werbung machen. Ich hoffe, ich darf in deinem Stream auch keine Links posten. Ja, du, bei dir ist das schon klar, du willst ja irgendwelche Miner-Akku zeigen verkaufen. Ich wollte die Sniper-Bäckerei posten. Ich hoffe, der CW-Rei... also ich hoffe, mein Laptop macht das noch mit. Ich hab nur 15% Akku. Ich sehe. Hol dir endlich deinen Adapter oder so? Ja, ich find's faul. Guck mal bei Amazon. Der ist dann da bis zum nächsten Wochenende. Stimmt. Das heißt, der bis zum nächsten Wochenende, der kommt fast immer am nächsten Tag. Ja, aber er will dann heute Abend natürlich nur das CW dran, da kann er nicht bestellen. Und dann Montagabends irgendwie, wenn noch keiner kann, dann kann er schnell diesen Adapter bestellen. Und dann kommt er irgendwie so am Mittwoch. Und dann hat er auch noch genug Zeit, ihn kennenzulernen, damit das alles funktioniert wird weiter. Da nochmal ins Stream rein. Wo ist ein Tower? Da auch Mario Kart. Da auch nochmal ins Stream rein. Das ist ja jetzt Win-Rate 0%, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Hab DNC wieder voll gewonnen. Hat er wieder mit seinen Viewern gesprochen? Ne, Sila auf Wildwood fällt Sila vor Mio. Dann macht Mio Scheiße, weil er so überrascht ist. Und ich fahr mit Triple Queens in beide Reihen. Ja. War sehr gut, wir hätten das Rennen gewonnen und hätten gewonnen. So ein CW. Ja. Oder, ja. Könnte hätten auch ein CW. Ich find so, dass... Wir sind eh schon so ein eingespieltes Team, die meisten jetzt immer aktiv sind. Wir gewinnen eigentlich in letzter Zeit fast jeden CW. Ja, außer gestern hier mit Minus 2. Wo ist die Set-Bio-Line? Das war Verarschung. Hm. Wo bleibt denn Hibex? Ist er schon drin? Er hat's gesagt, er ist ready. Es geht los, ne? Es sind 10 Leute drin. Gleich. Achso, er schreibt mir, are you ready, guys? Können wir sagen, eben... Ach, drin. Hm? Los geht's. Ja, genau. Der Ho-Ho-Noah ist wieder da. Oh, den hab ich ja vermisst. Ja, ich warte bis Coop zu Ende des Südkritts wird. Dann können wir mit Ho-Noah fahren. Ja, ich warte bis Coop zu Ende des Südkritts wird. Dann können wir mit Ho-Noah fahren. Die Bucht. Sunny und Shaker machen das schon. Ja. Sunny und Shaker hauen zu. Oder auch Bio-Abfall-Tüte. 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 Ja, ich hab mir extra dafür einen neuen Namen ausgedacht, Mensch. Du hast den von Krypta geklaut. Ja, scheißegal. Heilige Scheiße hat das geleckt, ey. Ich hätte mich auch Deuce nennen können. Das ist dasselbe LO von denen von gestern. Ja. Auch was mit demselben, oder? Ja, wir fahren mit demselben. Boah, ich hab immer dieses Headset vergewaltigt. Alter, das riecht wie immer aus. Äh, Laufen, aber. Na, das ist ja echt so. Nein, ein Druck-Controller-Sprint. Der zieht nach links die ganze Zeit. Nein, oder? Wie mach ich das weg? Nach dem Rennen neu synchronisieren. Ja, das geht über einen Tasten-Strip. Glaub ich, können wir überlegen wie das geht. Und wenn du es nicht mehr zackstrippst, dann geht's. Der zieht die ganze Zeit nach links. Hast du Bewegungssteuerung an? Nee. Doch, kann sein, oder? Ja, ich glaub ich hab ja Rego-Steuerung, aber wie kriegt ihr die weg? Kein Plan. Die sind 2-3, oder? Fommelig. Du hast eigentlich mal Hypex gefickt. Ja, das kommt schon. Du bist auch so ein Team-Raper ab und zu, ne? Äh, er hat nichts gesagt, ich leg noch ne Bombe. Warum hab ich denn Bewegungssteuerung? Alter, du hast mich gefickt mit der Bombe. Du bist so ein Opfer, Alter. Warum verleg ich die Dinger eigentlich? Du weißt, du hast doch selber gesagt, die explodieren dann. Du musst jetzt den scheiß Controller hier gerade halten. Halt. Ja, ich zieh vorbei, ich bin 3. Ah, was zieht der 10 gegen Z? Du Reds, ey. Ja, 3er Reds für euch. Stern A. Ja, Blum kommt. Ja, mich fickt sie. War richtig hart. Boah, ich guck jetzt ein bisschen Start geht. Kein Bewegungssteuerung. Aus. So, jetzt fahr ich ja nochmal rein. Die gefickt sind wir, Schatz. So, kack, warum kann man das denn immer an und aus? Die sind hinter der. Och, Mann. Oh, Alter. Okay, ich bin letzter. Ich soll das Spiel heute nicht mehr spielen. Ich wollte heute nur durchgenommen. Holy shit, da sind 3 rote als Geist. Lol. Alter. Es ist so lächerlich. Ich wurde mehr von meinem Team in dem Rennen geohnt als von einem anderen. Immer im 2-3-4 noch. Das ist einfach traurig. Alter, die Bewegungssteuerung. Warum ist denn die einfach an? Ja, weil ich die Kosen noch eng an. Ich bin schon immer mit der gefahren. Ja, und ich halte die Kontrolle zum ersten Mal quer. Wir haben 2, 3, 4, was nehmen wir? Weißt du? Ja. Was hast du gesagt? Ob es Messer? Messer. Messer? Äh. Ja, ich hör dich auf jeden Fall jetzt. Raceway. Raceway. Ähm, Hypex, ich hab gehört, ich hab ne Bombe getroffen, die ich getroppt hab. Okay. Ja, ich hab mir ja gar nicht zwei Mal ein Mikro umgespackt, als wir mal ich gemütet. Wie gesagt, merkt ihr einfach, ich bin der Einzige, der kann Mikkel ausspielen mit Wario. Okay. Was wollen wir jetzt? Royal Raceway. Ja, Royal Raceway. Ich merke mich, dass wir alles hier mal mit, wenn ich meinen Controller mal quere, wenn ich CW spiele. Einfach so gemütlich. Ach man, ey. Aber schon peinlich, dass ich trotzdem nicht last bin. Ja, sorry, ich konnte auch nichts machen, ich wurde durch genug. Klar, das ist noch ein CB-Leiter. Was kennt ihr da? Ach so, der für dieses Letz. Wer ist 4? Wer ist 4? Die sind 4. Ich bin 3. 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 5. CB. HP. Er fällt. Er fällt. Ich bin 1. Ich bin 1. Ich werde ge-greened, weißt? Weil er 2. Weißer ist. Ich glaube, Deuce hat DC. Bin ich bei euch auch erst. Nein, du bist letzter. Oder so. Ja, geh, jetzt mach, ich bin 1. Du bist letzter. Ey, jetzt wurde ich aus dem Nichts gehubt. Du bist letzter. Holy shit. Ich bin schon in Runde 2. Du hast einen Leck statt, weißt du? Du bist bei uns 10 Sekunden am Anfang standest du bei mir. Wie ein MKV damals. Ich bin hinter dir. Ja. Ich bin hinter dir. Oh nein. Kommt, Leute. Dann sag's schneller. Ja. 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 Der geht auch nicht vorbei, also. Alter, der ging auch an mir vorbei. Oh, ich bin gefickt worden. Och man, ey. Es leckt hier aber auch alles. Deuce fährt euch alle Items, weil er leckt. Ja, aber witzig, wenn er es eins an der Nose hat. Deuce hat Hex angemacht, Alter. Ich sag's euch. Der erste Bum-Top. Die sind Top 2 mit Abstand. Ich bin hinter dir. Vor dir, Mann. Wir sind doch nicht Top. Wir sind doch nicht Top 2. Hä? Was? Ja. Du bist bei uns im Mittelfeld und bei 4. Du bist bei 4. Du bist 4. Witzig. Du verarschst. Du warst einen Leckstart. Ich bin nicht 4. Du warst einen Leckstart. Du standest live gerade. Ja, du bist 4. Ja. Ja, du weißt. Ich bin gehoopt, Mann. Von wem? Ich bin gehoopt, Mann. Das ist gar keine. Bei mir. Deuce, warum machst du die Hupe? Du hast mich gefickt, Deuce. Ich hab Triple Reds. Wo warst du denn bei dir am Ende? Ja, was weiß ich, wo ich war. Ich war mit 4. Oder so. Du hast jetzt Pile da unten. Ja. Weiß. Nice. Ich bin bei mir als Einstiger gestartet. Hier standen nicht alle. Und ich war erst mit Abstand. Und dann hab ich ne Hupe aus nichts bekommen. Aber Deuce, ungefähr schon. Ich war schon zwei Kurven weiter hier. Aber Deuce war auch sehr komisch, als du hinter mir hergefahren bist. Ja. Jetzt. Ähm. Deuce. Ist die ins Letzte. Das hab ich nicht gesehen. Nicht einmal. Alter, was ist denn hier los, Alter? Echt mal. Diese Lecks tut weg. Okay. Ich leg meine Liste. Alter, ich hab... 3.000er. 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 Sonst ich spieg Callless. Keine Ahnung was besser ist. Ich weiß es nicht. Mein Handy vibriert. Oder hören ohne. Ey, ich wollte die ganze Zeit jetzt nur gefickt. Ich glaub... ... ... ... ... ... Das ist so ein Burscht, warum kommt es da echt die Alters rum? Wenn ich 2s bei sich eins ist, dann pilzt der eine. Ich kann ihn aber... ich versuchte... Okay, er hat gemeldet. Auch uneigentlich. Ich find die Grafik gut. Ja, und? 2s ist auch da vorne, das Dior. Der ist bei sich eins. Muss nur den mit dem Pilz wegkriegen. So ne, nur ne auf uns. 2s. Auf 1, wer ist 2? 2. Ich glaub, ich glaube du bist. Driften natürlich nicht. Ich hab noch eine. Ich leg noch mal eine beim LSC. Abseh! 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 Aber ich wurde getroffen. Abseh! War ja klar. Und? Als ob! Was ist das, Mann? Grüne raus. Auf 2. Auf 2. Und Goldi nach vorne. Mal, ich triff alles. Die spamen alle ihre Details. Ja... Umlegen. Wahrscheinlich. Bist du eins bei dir? Äh... Naja... Nein, komm... Ich hab ganz außen zu Höhe gefahren. Echt, du bist bei mir ins Offroad? Du warst bei mir irgendwie ganz weit vor mir? Hä? Warte, ich war... Ich... Du hast mich ge... Im Wasser bei diesen Stunts, bei dieser Insel, hast du mich geohnt? Ja. Ja, da. Welche Runde? Da kann man gar nicht ins Offroad fahren. Du bist bei mir aber ins Offroad? Nein, im Wasser, bei diesen Inseln, da kann man gar nicht ins Offroad fahren. Kein Plan, aber irgendwas ist passiert. War das A schon? Ne, oder? Ne. Ich versteh echt nicht, was jetzt im Moment abgeht, ganz ehrlich. Hatte ich bei euch auch einen Start-Ziel-Sieg? Nö. Nö. Du warst nicht mal 1 die ganze Zeit, du hast... Willst du mich verarschen, Juice? Du hast bei mir mal 100. Und ich hab sogar die Blue-Share gefressen. Ich ver... Welche Blue-Share? Ich hab die Blue-Share gefressen. Ich... Ich... Weil die ganze Zeit 1... Ja. Ich hab so genommen noch. Wir verstehen dich eh nicht, also. Ich mein, so kann ich auch Topscorer werden. Ja, Juice. Du bist... Ich glaub, ich glaub, ich tu mir... Ich mach auch irgendwas, um zu lacken. Jetzt jedes Mal mal VCW. Das ist echt lustig. Ich bin bei mir 1. Bei Juice weiß ich natürlich nix. Ich snipe den. Hab ihn. Ich mein 3. Alter, was... Wo fährt denn? Juice holt die Banane raus. Juice fickt mich gleich. Der ist gegen die Wand bei mir. Bei euch auch. Bei mir ist er auch. Bei 1. Ich komm noch auf nicht klar, Leute. Ich bin 10 da, jetzt weil ich gefickt wurde. Highpack nicht gut. Okay, du auch? WTF, Alter, was ist das? Was ist das? Deine Green? Dieses Spiel... Ich werde... Ich fahr vorbei. Ich werde den 1. Der wird getropfen. Ich fahr einfach weiter. Versuch mal vorbei zu kommen. Hinter dir. Es load auf 1 rum. Ich scheiße. Okay. Mir ist er hier. LoL, Juice. Ich fahr... Oh, du hast mich getroffen. Warum geht denn die zurück? Ich ging zurück auf mich, ey. Muss auffassen. Erstens kriegt das Logo. Das ganze ist auf B zurück, nachdem ich nicht trifft. Ich hab ne Red noch, Alter. Kannst du mir Reden? Oh, ja. Geht auf ihn. Gut mal zu snipen. Du kannst ihn abschießen. Ich hab Crazy Kongo. Er ist in Luft, ja. Ist weg. Oh, der hat drei rote, Mann. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin arm. Ich bin arm. Drei rote. Ach, ich kann auf eins. Ich bin rot. Ich bin rot. Oh, jetzt versuch uns wegzuhauen. Oh, oh. Binde, die hat ne Schuhe. Mal Reitung raten. Meins auch. Nein. Da kann ich nicht einmal auf eins tun. Ich fahr. Ich fahr. Oh, Gott. Juice ist letzter bei mir. Oh, okay. Hä, lol. Das wieder stimmt jetzt. Juice ist letzter. Hallo? Ich war's letzter, oder? Ja, ich war letzter, ja. Hä, wie? Ich dachte, du warst eins mit aus dem Frontfront. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass... Wir haben nur gewartet, dass du dich vorleckst. Du hast irgendwie so einen coolen... Ich hab alle Items... Alle Items kassiert. Ich glaub ich wurde 20 Mal abgeschossen. Aus dem... Bei mir warst du auch... Du warst... Du hast dich teleportiert wie Mahler. So in deinen besten Zeiten. Ähm... Juice... Ähm... Lab 1 da unterm Flugzeug. Da hast du uns alle so gerettet. Und voll alle Shells von uns abgefangen. Hat sich zwischen jede geworfen. Was wollt ihr? Da war ich noch erster. Ich war... Ich war bis zum großen Sprung erster. Ja. Ich hab Käseland. Okay. Die sind, glaub ich, leider. Wir haben eins, drei. Nein, die sind vorne. Das ist neu wieder. Ach stimmt, ja. Okay. Ja, ist okay. Ist natt, aber. Ach... Käseland. Nimm auch. Ach Gott, ist das lustig, ey. Was hier abgeht heute. Ich glaub ich muss danach erst Schluss machen. Nee, die müssen aber noch welche aus dem Destiny-Class-Clown testen werden. Naja, die teste ich irgendwann mal. Und da auf der Woche. Vielleicht während der Mathe-Arbeit. Ja, also in der Schule. Hotspot mit'n Handy. Okay, so Top 2, ich bin 3. Okay, Top 2, ich bin 3. Warte, warte, warte. Ich bin hinter dir, Felgen. Ich zu curved. Ich bin auch curved. Ich bin curved. 3 du hast die gegen das 3 auch in der Bombe gespammt die Red sich gegenseitig ich werde den einen runter der Wiener das Ziel und so weiß nicht weiß wo oh man Felgen sagt er dass du die Balana ablegst ich hab ein Horn ich schließe dir zurück ich weiß nicht wer hinter mir ist ja ich sehe eine Coin auf eine Coin auf 1 ich hätte nicht gestorben naja schweine Wollte du gerade oder was? ja ich hatte eine Coin die hat mir gehört das war es nicht soll ich euch mal sagen an wen mich oh hat er auch von oh scheit oh alter Team 3er rote das ist vielleicht ein Cut ja 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 wer ist 6? ich bin es 4 6? ich bin 6 ich werde ihn einfach gerade und nochmal jetzt ist er 6 2 3 ich bin 6 ich bin 6 aufpassen da kommt ne Grüne nach vorne ja auf 3er rote ich hab Blue Shell ja wo 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 ja ich bin nur 8 bist du noch 1 geworden da drauf? ja gut 1 4 5 7 8 ja aber Deuce Mist weiß ich nicht wo der ist das ist mit 1 und 10 ist alles drin ja ist echt so was wollt er? 1 1 1, 4, 5 haben wir ja ich bin mit Manken ist ok gleich gleich ich will schon kurz die Combo du willst ja auch Fichtenbock umsteigen Wiggler läuft bei mir gar nicht ja die Wiggler Crew löst sich langsam auf die hat sich gestritten ja wir haben das Hotel Mio du bist so hart bist du eigentlich bei der Wiggler Crew du fährst aber keinen ja gibt's immer was dann fahr ich gleich Wiggler na gut dann fahr ich gleich Wiggler das ist die Galerie oder? SM in der Galerie also weil die lächerlich aussieht auch glaube ich ich hab die Galerie jetzt auch noch immer auf ich kenne ihn noch aus einem alten weil das das OP Ding war also bist du jetzt die Galerie oder was? ich bin jetzt die Galerie ey komm ich fahr nachher auch die Galerie mal also nächstes Rennen erst ich hab jetzt noch keine Galerie ok da komm ich freigestellt oh ich nehme Wettkart ja die haben den Schaden oh D.K. du Behinderter fahr doch mal schneller Wettkart Alter bitte fahr halt Oster mein Gott kein Wettkart oh Gott oh Gott ich fahr auf ich fahr auch ey ist mir auch so doof oh ich werd weggebampt weil jemand schreit ja wir sind Schattenrohr Pairpack eh ja so die hubert immer noch seine Dinge ich hab Wettkart auf 6 hier stirb jetzt hier stirb jetzt stirb der Bau war gefickt brech Leute ich fahr allein weg ich bin hinter dem ich fick den ich fick den bombe liegt brech was auf highpacks nimm bitte die sind SC jetzt auch ja ja oh ey hey hi Mio auch andere ja ich hab die ganze Zeit hier drauf ne ich fühl mich grad wie so ein highpacks nur weil ich heute getät hab Lass mal zwei Sterne machen 3 2 1 ich hab ihn ich hab ihn sind sie Top 3 oder ist Yuz da vorne Yuz vielleicht Erster Yuz vielleicht Erster Yuz vielleicht 1 Yuz vielleicht 1 Yuz vielleicht 1 Yuz vielleicht 1 ist er 3 oder 1 ist er 3 oder 1 ja kein Plan das wissen wir ja nicht er wird geschossen er wird er wird 3 sein ja dann ist er tot Yuz 2 2 2 3 ich hab auch Reds ich hab auch Reds ich hab auch Reds komm ich bin vor dem Stern die kommen mit Bill ich fahr ich fahr rechts ich fahr links ich fahr rechts er fahr rechts dann Stern oh Gott Lucia kommt auch wer macht denn den Blitz ja und die deutschen ey wie viel Glück hat er nicht bekommen dadurch aber auch eine Position ja ich hab den Franzosen auch noch überholt das ist ein schlechter Schock für die ja ich bin auch eine die haben Flop 2 2,3,4,5 deswegen geholt wegen dem wegen dem Ja es ist ein bisschen blöd wenn er zwei Knochenbauer von also Yuz vielleicht könnt ihr sogar einen anderen Charakter fahren damit ich dich nicht mit wir sind eigentlich drei Knochenbauer ja ich habe einen von den drei oder also wie ist das nee wir haben zwei von den drei ja Vario und Gelder einer ist Trace die Konge die anderen beiden sind Yuz nicht Vario und Gelder ja aber ist halt doth ich weiß nicht wir haben 2,3,4 oder? ja 2,3,4 haben wir dann lass ähm Psychotron nein ich weiß die Strecke äh ich hab so habt ihr habt ihr was gegen äh einen Sonnenflughafen oder Süßigkeiten Sonnenflughafen war schon ich nehm jetzt Wasserpark ja ich auch ich komm hier nirgendwo mal ran das war nützliches zu mir ja Fuchsius ist auch schon insta auf Babypark der hat auch schon keine Ahnung mehr er hat wohl das Gefühl dass er dort runnen kann pfff boah ja meine Rainbow Rounds aah ich jetzt den Moog oh oh 2 Punkte auf 2 Rennen nice hallo? hallo? hallo hallo Juz hört ihr mich wieder? ja ja ok weil eben das Rennen war auch normal bei mir gut wir sind gerade SM in der Galere das scheitig zu stabilisieren naja Robin hat die Red auf sich geknallt ja 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 er hat ein item draußen und ist doch wieder rum ja war kein Problem da kam ja eben Blue Shell dann auf den ja vor allem das war an denen ihr eigener Blue Shell das ist trauriger ich werd runtergeredded ey gut ich hab heute so viel Back die können ja nicht damit rechnen als Robin mich reddet ne hm boah fuck off Team Knell also für mich ist der CW heute schon gelaufen ganz ehrlich ich hab nur Pech ich versuche hinten irgendwie Items zu ziehen ach ich wurde schon wieder runtergebracht ich bin heute der Hypex hier ich hab heute ein bisschen ich hab heute gar nicht ich hab heute gar nicht wer vier von uns ja ok dann werf mich mal keine Bombe wer ist fünf ich ich ok ich hab der Ruhe nach vorne hier im also jetzt die Liebe nach vorne für eine bessere ja ist dir endlich viel schwierig das ist jetzt auch einmal wieder das Spiel zu spielen ich hab ja eben also du warst noch viel vertreten also du kannst gar nichts sagen ja das war meine das Helgen Team Killed immer ich hab die da vorne drauf wer ist der Liga Team Killed ja die denk ich oh my god er ist 5 ich bin 4 ich bin 4 ja gut Top 2 das ist ein Top 2 oder ja ich muss die wegkriegen irgendwie ich hab Triple Reds auf 4 aber ich bin zu weit weg auf der Hälte ja ich bin übrigens nicht ne Exitem ist wieder eine Fan die haben Triple Reds auf 7 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 was ist die da hinten vorbei ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung nein da liegt eine Banane ich hab sie nicht gesehen nein ich werd hinten abgesetzt nein ich bin jetzt im linken Weg ich weiß gar nicht wie man da fährt der Helgen Blue steht hier der eine oh ich bin jetzt im linken Weg ja 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 die haben Top Spots oh mein Gott ich falle auch runter Lusche Dodge Skill ich hab sie gar nicht gesehen ich hab die im letzten Moment gesehen aber dadurch hab ich mein Doppelalter gepasst ja ja Fang du hast sie abgelegt was war das bei mir ey das war so geil Alter ich konnte ich konnte immer die erste Runde Solo fahren und dann hat mich irgendwas getroffen und getroffen aus dem Nichts ähm Schiefland ja ich leuchte das erste Mal jetzt ich leuchte das erste Mal jetzt also ich hab keine Ahnung also wäre jetzt das Werte also wäre das Werte warum hat der Mie keinen Mund eigentlich das wird überbewertet was 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 ist der Pugel für Mund man kann reden man kann essen man kann lutschen das Wichtigste das Wichtigste nötig zum Schluss ja Hypex also ich hab heute mal die Rolle deines Anlacks übernommen bitteschön nix zu danken das ist mein Mie frisst eh nichts außer Trooperats brauche ich keinen Mund sag die keiner von den Bonds jetzt fängt es wieder an soll er wieder sein Hextein gemacht ich bin eins weil keiner von den ich bin zwei weil keiner von den fragen kann ich habe nur eine Coy bin hinter dir hol mir die Coyote ja hol sie dir die haben die Windscheine gezogen ich hole eine Banane raus ich bin eine Achtung ich bin eine Achtung da aber ich hole eine Banane raus wir bauen was noch rein ihr bist falsch oh ich krieg kein Item scheiße wer ist drei wir die haben nur eine Banane ich warte noch ich hab ne Red Shell oh zie der DK ist weg top 3 nice ja die Galeren alter der Leere f*** mich grad richtig warum weil die so geil schüftet ja ich bei euch auch ich hab mich grad richtig 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 nein du bist bei uns nicht nichts rausholen Just ich bin eins egal ja eben hast du mir einen boost gegeben du gibst mir boost dann dauernd Just ist bei mir jetzt auf einmal eins nix rausholen ich bin hinter dir ja ja die sind vier wir sind vier ey ich hab Abstand also du hast keinen Abstand verdammte Scheiße Banane aufpassen Just ist bei mir eiskalt rein die Banane weggefahren für mich der ist eiskalt reingespannen die sind vier die sind vier ja ich hol Red raus Blue Shell kommt Blue Shell kommt kriegt Just eh nicht ab von uns sollt ihr die auf mich gehen die geht jetzt auf mich die geht jetzt auf mich mach ich das die Blue Shell ist einfach weg wirklich? keinen getroffen ich hab ich hab Nö NIEMEN GEBLUT jetzt ich bin dran was der war gar kein Blut der war gar kein der war gar kein what the fuck ist das denn man das ist ja scheiße ich mein bei mir war kein 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 geht die Venture Streifen war kein Blitz insikopplitz weil sie ja das angezeigt was passiert ja klar das ist auch bei anderen war das nicht so ja das passiert aber trotzdem weil die so schnell kommen ne man weiß es wird es fällt dir vor erst so ich hab einen Mitlachen vor allem ja ja abrundet 2 kann das mit ja das ist ja aber mir lag das auch hier ein bisschen also ich mein eigenart kann mich auch nicht anhören wenn ich wenn ich jemanden runter retten will das funktioniert gar nicht dann muss ich denn dann schon irgendwie feuer abschießen weil da kommt die redscher kommt immer ist zwei sekunden später das aber witzig du's meint er mit abstand eins hat mir dauernd boost gegeben weil er mal ganz kurz zu mir geleckt haben da haben wir uns geschützt so ein bisschen wir kriegen noch minuspunkte wegen leck ich sag's euch ja solle leute und die pugen sollen wir starten ja dann spamt hier mal fangen wir an kann man nicht morden fangen wo steht denn hier fangen wir an gibt's das hier überhaupt noch ich glaube ich fahr auch mal morden weite morden fahren in der kalerie ja schauen wir ob die besser ist ja ich hab heute richtig auf 1 auf cloud top gefilmt ich hab's gesehen alter ja jetzt bin ich wirklich nur für die sechste ja als erster moralisches sage ich hab mich richtig gut gefilter ich hab irgendwie ich weiß nicht irgendwie verdriftet ja die haben wieder sind wieder vorne oder sowas weiter gott mario circuit mario circuit hab ich genommen hallo 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 hört man mich wieder ja ok ok ich bin wieder back hallo ich fand das so lustig du noch so ich bin eins mit abstand ja wirklich ich bin auch extrem gut gefahren ja mach das jetzt bitte immer wieder an deine lexer kannst du mir nicht getroffen werden da hab ich das gefühl ich hab eben meinen hundertsten abonnent auf youtube gekriegt doch ich mach ein special video soll ich mitmachen als sunny lp hallo featuring sunny lp ja ich bin entspannt so zu fahren ey da sagt mir noch einer leckern nachteile ne was sagst du denn wie so anska sucht du damals ja oder leider immer so viel geführt hat ja nec ist eigentlich voll op im maukurt oder wieso madara in der zun so gut war ja ich auch halte ich mein es ist halt so warum 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 ja für den gefährlich hoffen ne ja hier im top top 4 top 3 oh ich wollte vom ding zu ziehen 1 2 ja ich bin 1 und krieg sofort die red ab und der bier top 3 ja mich fick ich ne bombe ich bin 3 ich hab gecreent die war auch von felgen ja was meine flasse ja wir sind mit top 2 davor ich hab die red west der auf 4 ok du musst du klicken ich bin vierter ja dort nur wc Knochenbauwerfen ich wollte die nicht werfen alter weg vom green weg vom bummerang ich bin hinter dir falgen nein nicht dass du auf unartig und den kommst von k4 ich ruhe die mal zu snipen ich mach mal in der box in der gasse kurz meine pflanze Achtung ich fahr außen die haben ne red auf 2 die halten die auf raus mit gleich backst du wahrscheinlich ne der alte bestimmt wer ist denn hinter mir wer wifft denn die banane auf die tüppelstums auf 4 gezogen klasse da liegt ne banane auf dem gans jetzt fern und sie auch oh god was war das denn der bummerang schon wieder der bummerang ey war das verhalten oder was nein ich wurde gefickt alter die bummerangs hier ich wurde am ende von bummerangs erwischt alles hinter denen und Mio die scheiß bummerangs ja was war denn das mit dem bummerang keine ahnung am ende kam ja auch nur wc vorbei nach dem bummerang ja ich hab von hinten bummerang abgekriegt das ist halt immer sowas komisch denn es war niemand und von den gegnern ist keiner da ich glaub ich sollte auch keine bomben mehr werfen oder so ne also du triffst mich immer mit deiner scheißbomben du solltest die bombe drei runden lang halten im nächsten du solltest sie einfach ansagen ich hab angesagt ich werfe sie nach vorne er werft sie auf Rainbow Road auch nach vorne angeblich und trifft Hypex ja dann steht sie auf dem Förderband und dann fährt Hypex dann geht sie auf dem Förderband zurück zurück zu Hypex gerollt gedreht von ihm weg muss ich ihm einen sagen aber trotzdem du bist kein Sniper eindeutig wobei eigentlich schon du triffst ja immer alle zwar die gegner nicht aber ja du bist schon ein Sniper 935 so ein kleiner neiiiii schon wieder Volkan rollen die sind halt ja vorne aufgefahren ihnen sind die einzige Form der Spam ok ja ähm wenn einer von der Strecke kann sind wir RIP weil ich kann die Strecke gar nicht und ich bin warum kannst du die Strecke warum kannst du die Strecke ich weiß es nicht ich hab die Matität Colts ich glaub ich kann sie halt ich hab die Strecke noch nie angefasst kein einziges Strecke sie ist aber ekelhaft die Mat macht keinen Spaß also ich kann sie für BW verhalten ich hab bei Sila eben gesehen habe ich mal hat er eng lässt sich verzüppelt das war ja auch vom Weg ähm ja nur wir nur wir wurden geschickt was ist dieses Spiel Junge Wurper außen auf Doppelalter Jeff Bananen nach vorne ich hab halt die haben die haben drei Ratchels für den ersten drei what the fuck Jeff Tüppel klingt nach vorne Alter die waren knapp ich hab den Deeper getroffen ich auch warum fahr ich nicht da rein und jetzt wenn sie gefickt wird und noch mal und noch mal ich hab Lusche äh Schüsse heilbeck Bumarang Bumarang und Feuerblume meine Fresse alles fertig ist die die Feuerblume ja das erste Item ich hab Trails noch 2 ich zieh mal durch irgendwie ich bin da Scheiß Bumarang ich fahr ich bin vorbei oh man das ist unglaublich ab Twiffel jetzt auf dem dritten oh schon wieder eine random tree sind die sechs die ruf bei dir äh ne ich bin sechs ich bin ne wet ich bin hinter dir warte meicht Bumarang die mal von ne ich treff sie nicht ich halte den Mord überfühlen wer ist der Bowser da vorne die haben alle wets ich kann die nicht überholen ja man muss ich schon wegsperren der schießt doch seine Retten nicht obwohl Feigens vor ihm ist ey mir ruhig dir egal jetzt hat er geschossen jetzt konnte ich vorbei oh Gott voll runter das wollen wir nur mit ihm machen das ist so komisch auf der Strecke geworden dachte die kannst du für 2W Verhältnisse ja abdachend aufbauen seine Kriste hat sich geändert weil er von den Städten mit kleinen Rädern oh Mann hm ich hab gar kein Atom mehr ja das ist echt scheiße bei mir hast du nen Pilz ja aber ich halte dich schon wieder auf dem Zeug ja die haben aber alles die haben was warum bin ich Sechster die haben Top 3 oder ja also ja gut Top 3 ja ja wir müssen jetzt mal was tun Leute ja wer vergewaltigt schwer sein Mikro die stellen ihn oft nicht nen Griff sollten und dann fliegt man so runter ich strecke es einfach wieder durch Schießland hatten wir auch nicht oder? hm denn heute diese eine Kurve dann springst du so komisch einfach weil die Räder so klein sind denn heute haben doch größere Räder dann hast du aber die haben die haben die haben Top 3 dann Schießland was ist das 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 ich will danach mit DestinyCars fahren ja können wir machen der ist viel beschäftigt also wenn du mit ihm persönlich fahren willst ja also wenn jemand noch danach Borka ein könnte ich danach noch machen ja ich muss erstmal mal ich brauche eine halbe Stunde Pause um meinen Laptop aufzuladen aber sonst könnte ich ich hasse ich hasse ich hasse ich hasse ja ich mach erstmal nach dem C mein 100 Abonnenten Special aber es kommen halt auch ihre Strecke mit dran der die ist ja richtig glücklich stehts eigentlich so momentan ungefähr die sollten müssten spielen etwas ja etwas ich fahr rechts ich fahr links ich fahr links oh Tews fährt irgendwie oh ich werd runter geschubst Tews fährt immer rechts wir haben halt da immer Items und keine Bumps sind stimmt ich bin links gefahren und wurde runter gebumpt ich hab ein Konter weil ich das dann werfen wollte ich hab nochmal getrun alter ich krieg ne scheiß Pflanze wir haben flopped rein mit Papier mit Papier oh du dich schweigen das war größter 35 mich trifft die Green mich auch das ist so traurig bestes Spiel vielleicht sollten wir doch lieber bei CST anfangen ja pflanzer ne spiel so Junge verweist und verpflanze ja Halt dich Feuerblume mit den Gmins hab ich gezogen hab ich gedacht warm blusche such nur ein nichts anderes zu sehen was zieh ich denn auf dem letzten Feuerblume pflanze ich zieh ich fahr mal links und schießen roten zurück ich hab die Pflanze an aufbauen sie verlinkt ich hab einen gegreent versuch den zu komm schon ich wurde von links gefickt könnten aber gleich zurückkommen meine Fresse ich hab den gewissen ja so ging's mir grad auch und dann sind dann die Greens da gewesen ja so ging's mir grad wir haben jetzt einen Stern der auch wir haben jetzt einen Stern der auch wir haben doch mal in den Shop oder ja ich mach jetzt einen Stern der aus jetzt hier halt typisch uns auf 3 boah kann ich auch gerne mal ausgehen ich bin 8 bei mir bei dir bist du 8 ich mach alles zurück oh mein gott ich bin oh mein gott ich fall noch mal runter ich bin gefremd ich bin der ja weg ich hab jetzt zum black wieder top 3 weißt du so ich bin ich bin vorne in die Lücke weil ich wollte rüberschrumpel boah ist mein top 4 oder sowas in diesem Cut darf man eigentlich nie machen ich glaub der bringt noch weniger jetzt wo man ihn nur mit hinnehmen kann oder das andere ich nehm ne andere Bowser ich nehm ne andere Bowser mit Street again ne ich nehm auch Street again ich hab das Gefühl ich wollte jetzt nur Deutsch genommen die ganze Zeit jetzt kommt halt auch die ansteckendram was ich die Thänen weißt du ja wie Blökan callen und Tiktok das ist das das Spiel sonst eben unter dass ja schrässlige Strecken sind das Problem ist wir wir werden jetzt wahrscheinlich wieder verlieren weil wir uns im letzten GP versauen das ist traurig hat äh weiß niemand wie es steht ne okay na jetzt haben wir gewinnen die liegen jetzt der Schicht knapp vorne oder? vielleicht ja oh ich dachte jetzt Babypark schon das wäre unsere Rettung gewesen ja au die haben Top 3 einfach vorne na wir müssen wir müssen jetzt wirklich weil die haben jetzt echt 30, 30, 24 wir müssen jetzt wirklich ein Top-Ergebnis machen easy ok Top 5 ist der Top-Bowser da noch Mercedes? mhm ne oder? ok alles was ich sehe das 4L warte der fällt uns auf mich höher der fällt den Roadster der fällt den Roadster ok oh man was ist denn schon wieder los? ich bin hinter dir fang ich bitte nicht rausholen ich bin eins ich bin eins hab Draft ja kein Draft auf ja halt raus er hat einen Pilz auf 2 er hat einen Pilz auf 2 ich leg Bananen auf dem Gleiter ja hör mal der wurde nicht getroffen der ff der fährt nicht den Gleiter der ist dann mit mir durchgefahren ja ich hab gerettet kriegt dann ernst oder? wir haben aber 2,3,4 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 ich steh halt nicht ne? ich rieb den ich rieb den ich rieb die Tüte da er fällt einfach weiter ja den hast du gebogen oh Gott was ist denn das hier ich bin auf den Tasten Mio was für Sweats machst du da rechts ja von den Tasten Mio spinn hinter dir das war der scheiß Blooper Mio spinn hinter dir ich wurde nämlich gebumpt ich wurde da reingebumpt ein paar übern Rasen mit Stehern wer ist 3 ich bin der eine ja ja ich bleib hinter dir was? sei mal gegen das gut gerettet kannst du ruhig schießen sind die ich nehme jetzt Katja jetzt nicht vor ja die haben sonst alles hinten also Fixi ich hab ich kann sie auch noch fliegen ich hab Pflanze auf 4 an ich fixe noch mal und noch ne Wett komm komm wo fährt sie? rechts? ey ich bin rein auf 4 ich bin 2 ich halte auf 4 sind die 3 Blue Shell kommt NEIN NEIN gib mir ne Hupe gib mir ne Hupe Blue Shell kommt mit 2 aber noch ja bist du noch 2? ja da ist gar keiner mehr hinter mir oh ich werd runtergeschockt die Dodgen ich hab halt so unlucky warum denn? und ich bin platt warum? ja und der hat noch Pilze und ist 1 das ist so ein Witz ich hab den Katja jetzt auch noch gefällt weil ich mad bin boah alter Robben aber ganz ehrlich das war so ein Witz wir hätten locker Top 2 haben müssen von 1 auf 8 nice ja das war echt ein Witz dieser crazy Konga kann gar nichts die sind alle so lucky man ja ja ich sollte aber glaub ich trotzdem die haben alles gedotscht zum Fluster ja hab's da kacke gemacht nach dem Schock aber der Schock ohne den Schock weiß nicht was haben die das oder hätten die keinen Schock gehabt haben die das jetzt noch gewonnen? ich hoffe nicht die haben die gewonnen hä alter sag das denn nicht doch die haben gewonnen echt? weil sie Lack kam boah alter ist es doch nicht wahr nur gegen solche Lacker spielen wir das spiel Junge das spiel das spiel ich hab jetzt ein bisschen zu tun ich hab jetzt kein Punkt mehr aufs TV Kabel Fähig Fähig wohl mit Destiny 911 machen ja fahren wir gleich wofür wir echt? ja hab kein Bock mehr auf was anderes na gut dann ich bin aber erstmal aufladen mit meinem laptop und komm dann wieder rein bis morgen bis morgen bis morgen tschau